Hi Astro-Rebellen! Wir möchten wissen, welche Konstellationen auf uns zukommen im Januar, Februar und so weiter. Wir haben viele Planeten im Sternzeichen der Freiheit, Innovation, Gesellschaft, gesellschaftliche Gerechtigkeit. Das ist Wassermann, Saturn, Jupiter, Sohne, Merkur, sogar rückläufig, Venus. Alle diese Planeten haben wir am Anfang des Jahres im Sternzeichen Wassermann. Und alle diese Planeten bilden einen Spannungsaspekt zu Mars und Uranus im Zeichen der Grundversorgung der Ressourcen, Geld, Finanzen. Das ist Stier. Und hier beginnen wir das Jahr, Januar. Und im Januar, die wichtigsten Aspekte sind diese Quadraturen zwischen Mars. Hier können wir das noch genauer ansehen. Wir haben hier Mars im Stier, im Spannungsaspekt, hier kann man das sehen, zu vielen Planeten im Wassermann. Und am Ende Januar beginnt die Rückläufigkeit des Merkurs, um genauer zu sein, am 30. Januar. Diese Konstellation kann eine gespannte Stimmung mit sich bringen. Und wir haben eine Steigerung der Handlungsaktivität im Stierzeichen, also im Stierbereich. Da haben wir Uranus und Wassermann. Das heißt, hier dürfte man eigenständig Maßnahmen ergreifen, individuell, um die eigene Sicherheit, Stier, zu gewährleisten. Stier ist das Zeichen der Sicherheit im Sinne von genug zu haben, genug zu essen zu haben, genug Geld. Und da muss man individuell auch Maßnahmen ergreifen. Wir sehen hier noch einmal Uranus und Mars im Stier am Anfang des Jahres in Konjunktion. Wir haben eine gewisse Intoleranz, die sich im Laufe Januars entwickeln wird. Das heißt, viele Menschen werden die Einschränkungen nicht akzeptieren, die es in der Gesellschaft gibt. Wir wissen, dass Uranus das Zeichen der Gesellschaft und soziale Gerechtigkeit ist. Und Mars ist das Zeichen der Handlung im Zeichen der Grundressourcen Geld. Also, Mars ist kein Planet, der sich sagen lässt, was er zu tun hat. Vor allem nicht, wenn er in Konjunktion zu Uranus steht. Allerdings muss man hier wissen, dass Mars im Quadrat zu Saturn ist. Und das kann die Kräfte von Mars diese Aggressivität ein bisschen minimieren, ein bisschen reduzieren. Aber dennoch gibt es hier gesellschaftlich gesehen viel Unzufriedenheit. Und dieser wird sich im Laufe Januars, auch Februar, progressiv aufbauen und vielleicht auch zeigen. Das weiß ich nicht, denn mit Wassermann gibt es eine gewisse Unsicherheit in Bezug auf den freien Willen der Menschen. Ich meine, jede einzelne Person muss auch hier entscheiden. Wir haben viel Frustration, weil Mars möchte etwas tun, aber kann nicht. Also, Mars ist die eigene Initiative. Mars ist im Quadrat zu Saturn. Im Wassermann, wie hier zu sehen ist, da ist Mars und hier haben wir Saturn. Und hier, diese rote Linie ist eine Quadratur- bzw. Spannungsaspekt. Und das kann viel Frustration auslösen. Wassermann ist Fortschritt, während Saturn-Steinbock-Sicherheit ist. Also, gibt es hier eine Spannung zwischen vorschrittliches Denken, wissenschaftliches Denken und dieser Sicherheit, die nicht gewährleistend sein kann, weil viele Menschen finanziell nicht gesichert sind oder sie fühlen sich verunsichert aufgrund der Entwicklungen, die wir dann am Anfang des Jahres beobachten. Diese Konstellation kann auch Konflikt- und oder Abbrüche gesellschaftliche, sag ich mal, Probleme verursachen. Im schlimmsten Fall gibt es eine Zerspaltung der Gesellschaft. Das ist auch möglich. Stier, wie ich gesagt habe, ist das Materielle, die Grundressourcen, Bargeld, Grundversorgung. Saturn ist auch Öl, Erdöl in diesem Sinne, Bankensystem, globale Maßnahmen, weil Saturn ja im Zeichen der Gesellschaft und in diesem Sinne Weltgesellschaft steht. Das ist Wassermann und darüber hinaus ist er mit Jupiter, welcher mit dem Thema Ausland verbunden ist. Wir haben auch Merkur rückläufig in Wassermann und das heißt, viele Menschen möchten etwas Neues schaffen in ihrem Leben aufgrund der Umständen und wichtig ist es zum Beispiel das Thema Internetnetzwerken, den Wassermann, da wo Merkur rückläufig sein wird, das Thema Internet auch betrifft. Wir haben dann Februar und im Februar haben wir immer noch diese Spannungskonstellation zwischen Mars und Uranus in Stier und die ganzen Planeten, die wir im Wassermann haben. Also hier gibt es gesellschaftlich gesehen viel Neues, viele Veränderungen, viel Aktivität im Januar und im Februar. Also die meisten Entscheidungen, die das ganze Jahr zur Geltung gebracht werden, werden im Januar und Februar entschieden. Denn ansonsten hätten wir nicht diese ganzen Planeten im Zeichen der Gesellschaft. Wir haben Mond, wir haben Venus, Jupiter, Merkur rückläufig, Sonne im Februar in dem Zeichen der Innovation und Gesellschaft. Am 10. Februar ist diese Stellium- oder Planetenballung im Wassermann sehr, sehr stark, wie wir hier beobachten können. Am 17. Februar haben wir die erste exakte Quadratur zwischen Uranus, Freiheit und Saturn-Einschränkung. Und diese wird im Februar exakt sein, Juni und im Dezember 2021. Das heißt, die Auswirkungen dieser Quadratur wird uns das ganze Jahr 2021 begleiten. Und wie das Volk, wie die Gesellschaft auf die Einschränkungen reagiert, die verabschieden werden, das ist die große Frage. Das kann ich euch nicht hundertprozentig mit der Astrologie vorhersagen. Denn jeder hat einen Freiraum zu entscheiden, was er tut. Und die Sterne können für uns alle nicht entscheiden. Sterne zeigen uns, wie die universellen Archetypen, Energien, Informationsfelder werden sich entwickeln. Das ist so wie das Wetterbericht, aber wir müssen uns dafür vorbereiten. Also wir müssen im Grunde genommen handeln. Das können die Sterne nicht tun, genauso wie das Wetterbericht oder die Wolken oder die Sonne für uns nichts machen kann. Wenn man weiß, es kommt ein Sturm, man kann, bevor das kommt, den Regenschirm nehmen und dann wird man nicht nass. Aber die Wolken werden uns nicht den Regenschirm geben und, also das ist Unsinn. Das Gleiche ist mit Astrologie. Das ist wie eine Prognose in Bezug auf Energien, die wir verkörpern. Aber wir müssen entscheiden, wir müssen handeln, wenn es notwendig ist. Und das ist jeder überlassen, wie man auf der individuellen Ebene handelt, um diese Zeit zu überstehen, die nicht einfach für uns allen ist. Und wir haben dann bis 19. Februar Merkur rückläufig in diesem Zeichen. Das heißt, hier bemüht man sich, etwas Neues, eine neue Sache zu verwirklichen, etwas Neues auszuprobieren, was nie gemacht wurde vorher. Und da herrscht dementsprechend eine gewisse Unsicherheit in Bezug auf die Auswirkungen oder die Folgen von Maßnahmen, die getroffen werden und so weiter. Und dann haben wir im Februar diesen Freiheitsdrang, innovative Lösungen für die Gesellschaft, die angewendet werden und die möglichen Folgen von diesen Einschränkungen, die ja verschärft werden müssen, sind zu beobachten. Also wir warten mal ab bis Februar, wie sich das Ganze entwickelt. Man muss aber hier auch das Positive sehen. Das Positive ist, es gibt einen Fortschritt, wissenschaftlich gesehen, weil Wassermann ist das Zeichen der Innovation, Wissenschaft. Und Saturn ist auch ein Planet, welcher mit Wissenschaft verbunden sein kann. Wir haben hier, oder wir beobachten im Februar humanistische, reformerische Maßnahmen, neue Bewertung von bestehenden politischen Gemeinschaften, da kann es eine Zerspaltung geben. Das ist möglich, dass manche Länder bestimmte Bedingungen nicht weiter so akzeptieren und das führt in der Welt zu Zerspaltung. Negativ gesehen kann diese Konstellation Chaos, Kollaps verursachen, insbesondere von gewöhnlichen Sicherheitsstrukturen, Bankensystemen, Stromausfall ist auch möglich, wenn es eine Cyberattacke kommt. Das kann auch geschehen im Internet und das kann Probleme mit dem Internet oder in Verbindung mit dem Internet verursachen. Finanzkrise ist möglich, Währungsabwertung, sowie Unabhängigkeitsbewegungen innerhalb der Länder. Das kann wiederum sehr, sehr rüberkommen als Thema. Und dann sind wir schon im März. Also im März können wir sehen, zwischen 12. und 19. eine Planetenballung im Sternzeichen Fische. Das können wir hier sehen. Wir haben auch einen Neumond in Fische im März. Viele Planeten in Fische im März. Und Fische ist Heilung. Fische ist Arzneimitteln. Medizin allgemein, also medizinische Inhalte gehören zu Fische. Heilung, wie gesagt, gehört auch dazu. Und Neumond bedeutet etwas Neues, was implementiert wird oder eingeführt wird. Und als Heilung, ja, das sehen wir schon im März. Und wir haben immer noch Merkur. Merkur wird dann direkt sein in Wassermann. Das heißt, die Maßnahmen werden richtig losgehen. Und die sogenannte Heilung für die Gesellschaft wird implementiert schon zwischen März und April 2021. Ja, da muss man sich dafür vorbereiten. Für diese Zeit. Wir haben dann zwischen 12. und 13. einen Neumond, wie ich gesagt habe. Und der Ascendent dieses Mondes in Fische ist Krebs. Das heißt, diese Veränderung, diese sogenannte Heilung wird mit vielen Gefühlen verbunden sein. Und es ist egal, ob man dafür ist oder nicht. Oder inwiefern man diese Maßnahmen akzeptiert oder nicht. Es werden viele Gefühle involviert sein. Und wir haben dann zwischen 23. und 25. Uranus im Mittelpunkt zwischen Mars und Sonne. Und dann sehen wir hier die Interpretation. Also wir haben damit medizinische Inhalte und Heilung. Das habe ich gerade erwähnt. Impfung. Fische ist auch Wasser, Überschwemmung, Musik- und Filmindustrie. Also diese Themen, die ich genannt habe, sind wichtig im März. Und hier können unüberlegte Handlungen oder Maßnahmen durchgeführt werden. Ad hoc Gesetzgebung oder eine endgültige Entscheidung in Bezug auf das Thema Heilung. Wie gesagt, das ist ein Fische-Thema für die Gesellschaft. Und dann sind wir schon im April. Und im April haben wir eine Planetenballung im Stier, da wo Mars am Anfang des Jahres war. Das heißt, hier im April werden viele Maßnahmen ergreifen, um die Wirtschaft zu stabilisieren. April ist ein wichtiger Monat dafür. Für dieses sogenannte Chaos, was am Anfang des Jahres entstehen kann. Und deswegen haben wir hier Sonne, Uranus, Venus und Merkur alle im Stier. Das heißt, bestimmte Entscheidungen oder Maßnahmen in Bezug auf das Finanzielle, das wird im Laufe vom April getroffen. Alle diese Maßnahmen. Wir haben auch einen Vollmond in Skorpion. Das wird ein besonderer Mond sein. Vollmond in Skorpion. Hier kann ein Ereignis geschehen, welches sehr extreme Konsequenzen haben kann. Ja, weil Skorpion ist kein lustiges Zeichen. Also er beherrscht ernsthafte Angelegenheiten. Es kann sein, dass ein Skandal rauskommt im April. Ja, vieles was, viel Korruption, also viel was hinter den Kulissen geschieht, das dürfte im April rauskommen. Das muss man auch wissen, dass die Wahrscheinlichkeit dafür ist sehr hoch. Und dann im April haben wir Sonne, Venus und Merkur Quadrat zu Saturn. Und das bekräftigt meine Aussage, dass hier ein Skandal, ein politisches Skandal. Und dann haben wir hier am 15. Venus in Stier. Venus ist die Herrscherin vom Stier. Das heißt, das ist ein sehr positiver Einfluss für das Thema Finanzen und Geld allgemein. Und hier kommt etwas Neues in Bezug zu diesem Thema Grundressourcen und Geld. Am 27. haben wir Pluto rückläufig in Steinburg. Und er wird in diesem Zeichen rückläufig bis 6. Oktober sein. Wir sehen hier Pluto in Steinburg. Und er geht rückwärts bis Anfang Oktober. Und der Höhepunkt dieser Rückläufigkeit wird im Juli sein. Das kann bedeuten, dass man hier die Gesellschaft oder Finanzsystem von Null an wieder aufbauen muss, aufgrund von dem, was im Jahr 2021 geschehen ist. Also eine Umstrukturierung, eine komplette Veränderung des Bankensystems, Finanzsystems weltweit, ist bis 6. Oktober möglich. Okay? Möglich. Wir haben die Interpretation, also Einschränkung, Finanzen, Bankensystems, Ressourcen. Aber diese Einschränkung kann auch behoben werden. Also es gibt Hoffnung, dass einigermaßen, dass alles wieder besser wird. Wir haben Betonung auf die Themen Geldbesitz und rechtliche Vereinbarungen, staatliche Entscheidungen in Bezug auf das Thema Geld. Wir haben das Thema Erneuerung, Innovation, Abbruch und Neuaufbau im April. Und im Mai, das Besondere im Mai ist, wir haben eine totale Mondfinsternis am Ende des Monats. Diese totale Mondfinsternis geschieht im Sternzeichen Schütze. Und davor, am 23. ist Saturn rückläufig bis 11. Oktober. Das heißt, die Rahmenbedingungen, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, gesetzlichen Rahmenbedingungen, die werden von Mai bis Oktober mehr oder weniger stabil bleiben. Oder das, was bis Mai entschieden wird, wird so bleiben. Bis Oktober, mehr oder weniger. Und dann kommen noch einmal große Veränderungen. Aber bis dahin, oder innerhalb dieser Zeit, dürfte nicht vieles, nicht so große Veränderungen eingeführt werden. Das ist meine Einschätzung. Wir haben im Mai auch extreme soziokulturelle Spannungen. Und bis dahin dürfte man eine politische oder gesellschaftliche Zerspaltung beobachten. Auch in Deutschland. Aber hier haben wir mit Welteinflüssen zu tun. Also kann auch die ganze Welt betreffen. Und wir haben, wie gesagt, diese Mondfinsternis in Schütze. Das heißt, internationale Beziehungen, Ausland, neue Grenzen oder Aufhebung von Grenzen. Das sind die Themen im Mai. Und dann sind wir schon durch mit Juni. Also im Juni haben wir Merkur rückläufig noch einmal. Das ist die zweite Rückläufigkeit des Merkurs. Und Mars bildet eine Opposition zu Pluto im Steinbock. Merkur wird rückläufig sein von 31. Mai bis 21.6. im Sternzeichen Zwillinge. Das ist das Domizil diesen Planeten. Und im Juni wird man sich reorganisieren müssen in Bezug auf Papierkram, in Bezug auf Reisepass, Dokumente und Zwillinge betrifft das Schriftliche. Also Formalitäten schriftlicher Natur. Da kann auch eine gesetzliche Veränderung eintreten. Die aber vorübergehend ist, ja. Das kann man schon im Juni beobachten. Mit Merkur rückläufig im Juni. Wir haben auch am 10. eine Sonnenfinsternis im 19. Grad Zwillinge. Das betont noch einmal das Thema Schriftstück, Reisepass, Formalitäten schriftlicher Natur, die dann rückwirkend machen wird oder politische Entscheidungen auch. Und wir haben dann am 15. die zweite Uranus-Quadratur Saturn. Ja, also hier sehen wir Saturn im Quadrat zu Uranus. Das, was das ganze Jahr 2021 einprägen wird. Das heißt Freiheit im Gegensatz oder im Konflikt zu Einschränkung. Also Freiheit, Einschränkung. Diese zwei Prinzipien sind im Konflikt zueinander oder stehen in Spannung zueinander im 2021. Und die Interpretation dazu. Ja, Merkur rückläufig in seinem Domizil Zwillinge kann Unfälle verursachen, Flugzeug, Absturz, Verwirrung, Missverständnisse, Unterbrechung in der Kommunikation. Wir haben Mars-Pluto-Opposition, das kann eine Explosion verursachen, Ausbrüche, Erdbeben, Naturkatastrophen, vor allem Erdbeben. Oder das kann auch den Start oder Intensivierung von Konflikten begünstigen. Individuell gesehen, das kann mit Machtspielen verbunden sein, Übermut und Verschämtheit. Ja, und dann haben wir eine Sonnenfinsternis in Zwillinge. Diese ist mit neuen gesetzlichen Maßnahmen und Regelungen verbunden, die aber, wie gesagt, rückwirkend, also später werden diese nicht mehr gelten, aber vorübergehend werden diese im Juni wahrscheinlich verabschieden. Und das betrifft das Thema Formalitäten schriftlicher Natur, also das kann auch mit dem Thema Reise verbunden sein. Die Bewegung innerhalb des Landes kann auch geregelt werden durch diese Maßnahmen. Und dann haben wir den Uranus-Saturn-Höhepunkt. Ja, also das heißt, Kollaps von gewöhnlichen Lebensstrukturen kann auch immer noch im Juni geschehen, aber die Wahrscheinlichkeit ist etwas klein im Vergleich zu den ersten drei Monaten, also von Januar bis März. Denn da haben wir die Energie sehr intensiv, also die Energie zwischen Uranus und Saturn, welche mit Freiheit und Einschränkung der Freiheit verbunden ist. So, Astro-Rebellen, damit höre ich jetzt erstmal auf. Das war eine Aussicht bis Juni 2021. Ich wünsche euch eine frohe Weihnachten, ein frohes neues Jahr 2021. Es kommt noch ein Video über den Rest des Jahres, das werde ich dann irgendwann im Juni machen, wenn alles gut läuft. An dieser Stelle wünsche ich euch viel Erfolg, vielen Dank für das Zuschauen und bis zum nächsten Video.